Jo Leute, was geht ab? Ich bin's Heim wieder auf meinem Kanal und heute mache ich neue diese Woche Aufträge. Woche 4 Nummer 3 und zwar erhalte Konditionen unter Schäden, indem du auf Luftquallen springst. 50 Schäden müssen wir erhalten. Ja Leute, ich bin auf der Karte ganz genau hier und das sind hier Luftquallen. Wir müssen 50 Schäden dadurch erhalten. Ihr müsst einfach auf sie springen, dann bekommt ihr automatisch Schäden. Und das Ganze müsst ihr so lange machen, bis ihr 50 Schäden erhalten habt. Und ja Leute, ich hoffe, das Video hat euch kommen gefallen. Lasst gerne ein Like, Daumen, ihr hört gerne meinen Kanal, das Glocken, dass ihr keine Videos mehr verpasst. Dann würde ich gerne sagen, ciao, haut rein bis zum nächsten Mal Leute. Tschüss. Tschüss.